Und damit willkommen zurück zu Callisto-Protokoll. Letzte Episode war ja leider etwas kürzer, da musste ich schneller weggehen. Jetzt geht's wieder weiter. Für mich ist es ein bisschen Zeit vergangen. Mal schauen, ob dann die Massen an Hoden jetzt hier wieder kommen. Noch bin ich nicht so überzeugt vom DLC. Ich hab mir auch noch Gedanken gemacht, dass wenn das jetzt richtig schlecht werden sollte, also wo ich es nicht hoffe, dass es ist, dann glaube ich, wäre ich auch mit der Original-Story eh nicht zufrieden. Ich denke, ähm... Warum laufe ich auch weiter drauf zu? Und warum baut man sowas? Ah, Mann. Okay, jetzt kann ich das hier wieder machen. Gut. Ja, also nicht die Way to go. Oder es muss irgendwie vorbei, damit ich dann in die andere Richtung kann. Schade, es geht nicht. Wann löst du aus? Jo. Ja, so geht's natürlich auch. Ach, nee. Ach, nee. Das bedeutet, dass Sie näher an der Ladewucht sind. Seien Sie sehr vorsichtig. Der Weg ist gefährlich instabil. Seien Sie auf alles gefasst. Das hat sich ziemlich verändert. Ich glaube, da mache ich mal ganz kurz ein Foto. Okay. Da wird es doch 100 pro wieder diese Kopfdinger haben, oder? Ah, scheiße. Aber jetzt. Ah, und ich merke gerade. Spießharten war ein bisschen zu leise eingestellt. Ich habe es gewusst. Es war so klar. Ja, nicht mehr Gulis. Ähm. Okay. Okay. Also, ich muss sagen, die Gebiete mag ich irgendwie am wenigsten. Oh, hi. Bist du jetzt hin? Kommst du da rauf? Oh. Okay. Wo kommst du jetzt her? Interessant. Okay. Und ich habe kein Tod mehr. Was ist denn heute los? Jetzt habe ich wieder Ton. Aber so, wie es aussieht. Ich muss gerade mal OBS kontrollieren. OBS scheint sauber was zu kriegen. Warum habe ich jetzt auf einmal keinen Ton gehabt? Verschlossen. Ist ja klar. Okay. Kein Kopfmonster. Das ist noch nicht. Bitte sei nicht wahnsinnig. Ja, ich mit Havel ist natürlich klar. Aber was? Ah, das war klar. voll da hinten, ne? Das war ein kurzer Prozess. Was ist das? Sehr gut. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein Roboter gewesen. So vom Aussehen, der irgendwie infiziert ist. Okay, I guess. Das war's. Mmh, lecker, lecker. Echtz oder Dings? Mmh, lecker, 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 lecker. Okay. Ist das aber hier drin oder ist das die verschlossene Tür? Oh. Vorsicht rum. Können wir ja gerade direkt mal hier reintun. Danke, dass es mal direkt nebenan ist. Achso, das ist jetzt der Bereich. Okay. Ist mir das ein Zusatzding hier? Ich glaube, bevor ich da auch runtergehe, schaue ich mal, was hinter der Tür hier ist. Nicht sehr viel. Da bräuchte man die Sicherung wieder. Was kein Problem ist. Ja, na gut. Dann gehen wir mal hier runter. Da haben wir. Noch eine Sicherung. Ähm. Big Boy haben wir da hinten. Will ich das jetzt wirklich machen? Ja, komm her. Ich hoffe, ja. Hey, geh auf. Will mal Loot haben. Okay, das habe ich ein bisschen... Oh, dass die nicht aufgemacht sind, dass ich da ganz normal vorbeigegangen bin. Ah ja, was soll's. Okay. Äh. Kiste. Springt wieder was raus. Komm, mir Loot mich. Yes. Dankeschön. Na, Surprise. Kein Surprise. Ja, sag bloß, das führt jetzt einfach wieder ganz normal zurück. Ja, okay. Gut. Dann holen wir uns mal die eine Sicherung. Und hier ist wieder zu. Okay. Schauen wir mal, was wir hier für Überraschungen haben. Zurücksetzen. Ähm. Will ich das tun? Okay. Sind die dreimal an? Oh, wow. Wie viel Glück muss man eigentlich haben? Oh, man. Geil. Okay. Weiter runter ins Dunkle. Was? Was? Was, was? Ach, nö. Das stimmt nicht. Ja, das Wasser sieht nicht ganz aus, aber. Ah, es war so klar. Oh, gehst du. Kein Moment. Ah, gibst du noch mal anständig. Schwer dir jetzt. Kann ich einfach kein Spielzeug kaufen. Oh, ist meine Taschenlampe jetzt im Arsch? Oh, kleiner Arsch. Ich hasse dich. Oh, nein. Aber die Wasserphysik, die sind hier irgendwie nicht so geil. Gut, das ist auch nicht der Fokus von dem Spiel. Ich hab mir jetzt gerade gestern das Sea of Chips da angeschaut. Und, boah, da ist Wasser ziemlich geil. Bin mir noch nicht sicher, was ich für ein Spiel an sich halten soll. So, rein von dem, was man machen kann. Und, äh, es braucht dann noch einige Call of Life Features. Aber dazu mach ich noch ein eigenes Video. Oh. Danke fürs Warten. Noch mehr? So, einmal komplett durchgeladen. Äh, ja. Sag mal, hab ich irgendwas im Inventar, was... Ähm... Das ist alles Munition. RP-Akkusatz. Ja, lass ich den halt mal da. Immerhin, Vierschuss. Danke. Habt ihr auch was Gutes? Oh, yeah. Also, dann war nicht hier unten... Also, war's nicht. Ich geh mal wieder ins Trockene. Ach, jetzt geht's auf einmal wieder. Okay. 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 Ja. Bis es nicht abspielen. Sag mal, wie konnte man das Daten-Dios... Geschichte-Teil 1 von 2. Wieder im Datenfluss. Äh, wo siehst du denn, was ich da jetzt gerade bekommen hab? Frau Mahler? Auch der Protokoll? Äh, nee. Such die Person. Ja, gut. Dann halt nicht. Da würde ich jetzt gerade nichts danach suchen. Ah, steh mal auf. Nö. Okay. Ihm fehlt auch ein bisschen was. Dann auf. Wir gehen nach Systemfehler. Alles klar. Also, rein so vom BG-Konzept ist die Anlage ja echt furchtbar. Das würde ich richtig eklig finden, wenn das andere Spinnen wären. Okay, ich glaube, jetzt hinter der Tür der Musik. Oder auch nicht. Wow. Aus diesem Gefängnis, vor sich selbst, ist nicht möglich. Der einzige Weg in die wahre Freiheit ist der innere Weg. Nur wer sich selbst kennt, kann sich so entwickeln, wie es seine Bestimmung ist. Wie genau machst du das eigentlich? Hier ist überhaupt nichts, was irgendwie irgendwas projizieren kann. Oder machst du das über mein Implantat? Und wer kommt jetzt hier raus? Oh. Echt nicht? Wir laufen doch im Kreis. Hä? Äh? Mach' einen Blick mal. Ne, wir laufen im Kreis. Ähm. Aber da ist auch der Pfeil wieder rückwärts. Komm, einmal mach' ich die Runde noch. Moment. Hm. Ein Fall. Flucht aus diesem Gefängnis, vor sich selbst, ist nicht möglich. Der einzige Weg in die wahre Freiheit ist der innere Weg. Nur wer sich selbst kennt, kann sich so entwickeln. Ich bin ein bisschen irritiert, dass der Pfeil jetzt nicht mehr da ist. Oh, jetzt ist er hier. Okay, dann geh' ich jetzt einfach mal wieder retour. Synchronisiere. Ja. Ja. Ich kann sie hören. Was zur Hölle ist eben passiert. Ich habe ihr Signal für eine Weile verloren. Aber es scheint, als hätten sie sich durchgekämpft. Das sind einige seltsame Dinge passiert. Ganz leicht, ja. Dieser Bereich ist voller Instabilität. Sowohl physisch als auch geistig. Seien sie wachsam. Und kämpfen sie weiter. Okay, ich muss mal ganz kurz was einstellen. Okay. Perfekt. Weiter geht's. Komm, Hunderprobe, dass er einen Kopf tut hier. Weißt du was? Für das nutze ich mal. Nur so zur Sicherheit. Oh, nice. Na komm, das kann doch nicht sein, dass hier kein einziger Kopf tut ist. Ja, damit irgendwas anderes kommt. Inventar voll. Ja, okay. Ist der? Warte mal, wie viele Gesundheitsindektoren habe ich? Äh, Arsenal 3. Okay, das passt. Also, just in case. Wo haben wir Kisten? Ich glaube auch, dass ich die Munition so kriege, wie ich gerade die Waffen verwende. Was genau mache ich jetzt hier? Oh. Oh, wer bist denn du? Sie müssen ihn bekämpfen. Ja, das ist er. Fuck. Ja, das ist er. Ouch. Ach Mann, ich muss ihn da durchladen. Oh, shit. Okay. Okay. Ja, das ist, wenn Wissenschaftler zu viel Freizeit haben. Und zu viel Mittel. Aber das ging jetzt gar nicht mehr so schlecht. Aber er hat schon ein bisschen was ausgehalten. Und er dürfte auch nicht der Letzte gewesen sein. Da bin ich mir sicher. Okay. Gehen Sie weiter runter. Sie nähern sich der Ladebucht. Oh, komm her, Kiste. Dankeschön. Weiß soll ich einmal Health nutzen und mit ihr kommen? Dankeschön. Ja, ich dachte schon, dass das passiert. Scheiße. Scheiße. Aufzüge sind einfach nie was Geiles. Vor allem nicht in einem Horrorspiel. Da ist eine Möglichkeit, weiter nach unten zu kommen. Gefährlich in Streipier. Stimmt absolut. Oh. Na, klar. Aber hey, ab geht's, Schatz-Zone. Wie viele Trades habe ich denn jetzt? 776. Dann werden wir den da mal verkaufen. Und diese eine neue Waffe da, Sankt-Wirkschrot-Finte. Äh, ja. Okay. Wie sieht nice aus? Hier da schon ein Upgrade. Magazin-Größe. Ja, komm. Nice. Ja dann. Oh. Ja, mehr geht eh nicht. So, wie viel Schuss? Zwei. Ich gebe jetzt die Pistole. Oh. Nicht so geil. Alter, kannst du ja nicht einfach sterben im Feuer? Alter, ich habe sie wieder rausgelegt. Ah. Oh, bitte einmal die Tür aufmachen. Maximum Security. Ja, da sieht es irgendwie nicht viel geiler aus. Aha. Ja, genau. Genauso, was dachte ich. Kommt. Ah, fuck. Okay. Es gesperrt. Ja, natürlich. So, und ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Hilfe. Es ist nicht so gut gelaufen. Woher kriege ich jetzt die Sicherung? Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wo ich das herkriege. Da durchgehen ist es hier auch nicht. Ah. Okay. Es gibt also eine Fabrik im Gefängnis. Für die Sicherheitseinheiten. Montage und Versand. Wobei noch ein Frachtschiff an der Ladebucht andockt. Das Ding, das ich bekämpft habe, war keine Sicherheitseinheit. Nein, aber es begann als einer. Sie werden drinnen mehr erfahren. Ja, ja. Ja. Ich muss mir raten, das ist mehr in Form von physischem Kontakt. Ah, meine Stimme. Oh, guten Tag. Ah, ich mache Strom aus. Und nachdem da hinten so viele Explosives gewesen sind, wird es da gleich Stress geben. Leute, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder da. So, und schon bin ich wieder da. Dann gehen wir mal rein in die Hausparty. Weiß ich nicht. War das Explosive-Ding links oder rechts? Jetzt bei dem, wo ich da reingegangen bin. Ja, jetzt stress mal nicht. Wir haben hier alle Zeit der Welt. Hm. Das war jetzt nicht wie erwartet. Wo? Ach, von da? Oh, hallo. Oh, der nächste. Gut. Fuck. Alla. Da. Hab Spaß da drin. Blockiert. Da. Wer? Ja, genau. Ja, komm her. Fuck. Ich hab gerade... Komm mal. Ah. Ah. Scheiße. So, komm her. Alter, diese Spruchdinger gehen so auf die Nelken. Shit. Ja, und auch noch mutiert. Ja, das ist ja mal nicht so gut gelaufen. War ich da hinten jetzt schon? Ah. Ich hab hier. Oh. Oh. Ah, fuck. Ich rage hinter mir. Huh? Oh, komm her. Komm her. Wo ist der Typ? Oh, zweite von Tod. Na ja, geil. Komm her. Oh, ich hab schon wieder rausgeklickt. Oh, Mann. Der spielt... Sag doch mal. Oh, das geht... Oh, komm her. Oh, komm her. Oh, das geht mir so auf die Nüsse, dass das da immer wieder mal passiert, dass man rausgeklickt. Ach nee, nicht sowas. Ja, und jetzt? Ach, Mann. Der ist ja auch noch. Ach, Gott sei Dank. So, einmal helf, bitte. Habe ich OBS irgendwas verstellt? Nee. Ja, haben wir noch mehr. Mein Kollege. Sag mal, von... Eben Ding haben wir immer noch zwei Schuss. Um das Programm voranzutreiben, bedarf es des perfekten Wurz. Und während Cole seinen Alpha verfolgte, ging ich... MJC-Druck für alles... Ah, shit. Okay. Ah, es ist Krankflink-Munition, 70. Ja, dann. Gucken wir mal. Ja, komm, noch mal. Machen wir natürlich. Okay. Ich denke mal, das passt. Irgendwas zum Verkaufen? Nee. Einmal durchladen. Aber es sieht schon faszinierend aus. Herstellung 1. Alter, scheiße. Du bleibst schön da. Okay. Gutes hier hinten. Nö. Ja, sowieso Selbstbestörung. Fabrik läuft noch. Zumindest so... halbwegs. Okay. Also nur so als Idee. Vielleicht kann man ja das Sicherheitssystem da irgendwie wieder aktivieren und die Roboter auf unsere Seite bringen, damit die da die Monster kaputt machen. Also es ist nur so eine Idee. Wenn man da schon... Wenn man da schon so eine... Ja, komm her. Guck auf die Mütze. Da ist bestimmt noch ein Zweiter. Ja. Scheiße. Nein. Scheiße. Na, lad nach. Boah. Boah. Ah, andere Mal dazu. Ah. Scheiße. Alter, wie viel denn noch? Boah. Ah, trau. So, help Alter, nein, 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 nein Nein, nein, nein Nein, scheiße Das lief jetzt nicht so wie geplant Nein, oh ja Ah, Mann Das ist nicht, nein, andere Buffy Fuck Warte noch Alla Komm her Diesmal nicht Na, vor wo Fuck Zack mal Wird das jetzt in Endlosschleife Okay Ja, warte mal, ich muss hier erstmal looten Mit der Katzenmonition, die ich jetzt hier verballert habe Gott sei Dank habe ich einen Dopperschuss gehabt Okay Okay, sieht das bei dir aus Ja Ist ein bisschen Wiederverwertung hier Okay Sonst nur irgendwelche Goodies Oh, hier ist der So Bleib ich bei dir Oder Ziehen Sechs Schuss Hm Ich glaube, für das erste gehe ich mit der Pistole weiter Wofür brauche ich dich? Um da rauf zu kommen Naja, das kriege ich nicht Ja Nee Kollege Geh mal wieder runter Hallo Kannst du Sag mal Ist es möglich, dass du von der Kiste wieder runter gehst? Oder was ich Das gibt's nicht Geh jetzt von der fucking Kiste wieder runter Wenn ich jetzt deswegen neu lauten muss Ach, da hinten Ah, nee, das gibt's jetzt nicht, oder? Hallo Okay Warum war der letzte Checkpoint? Zwei Minuten Mal ganz kurz speichern Checkpoint neu starten Bitte mach's Bitte nicht nochmal den Kampf Naja, aber die ganz Goodies sind da Okay Okay Nice Hier auch noch? Nö Okay Doch, da war doch was Ja, hier So Jetzt bitte Wegziehen Danke Ich würde nämlich gerne da oben noch rauf Ich wünsche, dass solche Boxen gäbe es für den Umzug Ähm Nee, das reicht nicht Ich würde sagen So dann Vorherzdepot Nice Ja, geil 20 Schuss Und Inventar ist voll Das wäre ja auch voll arschig, ne Wenn sie da die Kiste da mit so einem Viech hier drin hätten Jetzt der extra da rauf Und den Viech drin Gut Gesundheit Dann einmal das hier Ach nee Nein, nein Nein Ach Ach man Okay Gut Jetzt kann ich also die Tür Kiste von der anderen Seite Alles klar Nehmen wir den Tafel So, Kiste Komm mal her Jut An mir ruf Nein Soll es da rauf gehen Dann halt so Ja, das war bestimmt gut Okay Liebe Leute Wir sind an der Zeit Ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Wenn es euch gefallen hat Lasst den Daumen nach oben da Und dann Bis bald Ciao Ja, liebe Leute Das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload hier oben Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele und ihr könnt auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr kein Upload mehr Bis denn dann Euer Brabura Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao